Wow! Bravo, Eddie. Oliver Sorg. Moin Männer! Klasse, dass ihr euch für die Extraschicht gemeldet habt. Heute steht für euch Fußball-Golf auf dem Plan. Ihr müsst den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich im Kofferraum des Caddy unterbringen. Der Caddy steht in der Arena. Das Team mit den wenigsten Versuchen gewinnt das Spiel und steht im großen Finale. Und jetzt ist Schichtbeginn. Dann gehen wir zum Startpunkt, oder? Schießt ihn gleich weg. Steinschere und Papier. Nein, Hubschrauber. Du willst mit Brunnen spielen, oder was? Nein, nicht zu fest, aber schon ordentlich. Drinnen? Nein, aber schade. Nein! Ich spiele ihn so leicht in die Richtung, dass er so ein bisschen nach rechts rollt. Power! Wir müssen den Ball suchen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut! Der ist sehr gut. Oliver Sorg. Ja, auf der Treppe liegt er. Versuch so weit, wie er geht. Ja, perfekt. Ja! Wow! Wow! Bravo, Eddie! Eddie, hey! Perfekt! Ja! Ja! Dieses Safety first. Ja, ist okay. Ist okay, ist gut. Ja, man muss ein bisschen Risiko gehen manchmal. Oder? Ja. Wenn es einer schafft, dann du, Backe. Ja, der ist drin, Junge! Ich wäre mir nicht so sicher an deren Stelle. Oh ja! 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 Danke, ich habe echt Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Kurz für die Kamera. Edgar Prübert hat wieder neunmal die Regel geändert und deswegen gewinnt er. Danke! Glückwunsch! Danke, ich freue mich wirklich. Glückwunsch! Danke! Für dich freue ich mich echt! Die schieben es dann gerne auf andere. Wir waren besser. Ganz genau. Genki ist super gespielt. Genki, du schaffst das! Genki schafft das. Wir drücken irgendwie Daumen, aber hoffentlich wird Eddie noch disqualifiziert. Hey! Bravo, Waka! Schön, Junge! Warmer! Warmer! Oder ist das, was wir verletzieren? Vielen Dank.